hallo und herzlich willkommen zum vierten tag rauchfrei ich habe es bisher durchgehalten ja ich bin jetzt noch bei der arbeit muss gerade noch warten und außer tic tac nichts genommen bin jetzt seit ganz genau drei tagen und 17 stunden rauchfrei ab und zu könnte man schon noch gerne eine anzünden aber ich halte es auch gut ohne aus viel einfacher wie ich gedacht habe ja also ein verlangen nach der zigarette habe ich schon ab und zu noch aber halt sich alles in grenzen und unten in den kommentaren schreibe ich euch noch einen link zu einer internetseite von der bzga da könnt ihr drauf gehen und könnt euch mal informieren wie es am einfachsten geht und anmelden mitmachen ja vielleicht möchte der ein oder andere der wo das video eh schon anschaut rauchen aufhören und wenn noch irgendetwas wissen wollt schreibt es einfach unten rein in die kommentare da werde ich es euch beantworten ganz klar und natürlich dann unten eine homepage von der bzga direkt zu dem thema noch verlinkt wird in der nächste zeit wird nicht täglich irgendwie ein video kommen jetzt mal gucken dass ich vielleicht am wochenende vielleicht noch mal eins mache oder nächstes wochenende weil ansonsten wird das thema auch irgendwie zu langweilig wenn ich immer nur sage ja ich habe es durchgehalten ich habe es durchgehalten sollte sich irgendwie was ändern dass ich es vielleicht doch nicht durchhalte dann werde ich natürlich ein kurzes video machen und sagen okay ist alles schief gegangen bisher denke ich nicht dass es so weit kommen wird ja gut dann die sagen sehen wir uns am wochenende macht's gut und bleibt auch frei